Also meine erste Begegnung mit der anderen Seite Deutschlands war der Besuch, nachdem man Begrüßungsgeld bekommen hat, wollte man natürlich erst mal gucken, was ist denn da und das war echter Kulturschock. Wo sind Sie dahin? Wir waren in Kronach. Von alles Mausgrau, und wenig da, auf einmal total bunt, total schillernd und total überfüllt. Also es war wirklich ein Kulturschock. Wenn man solche Bilder vorher nie gesehen hat, war es total überfordert. Und irgendwie auch interessant, also ansprechend oder eher, dass Sie gesagt haben, ich muss hier raus? Ne, schon. Also meine Neugierde ist immer groß. Also es hat mich schon gelockt, das an sich schon, aber diese Fülle, man kann das gar nicht aufnehmen, das war wahnsinnig beeindruckend. Wissen Sie noch, was Sie sich gekauft haben von Ihrem Begrüßungsgeld? Kochbücher waren dabei. Was fürs Kind. Und ich glaube auch ein Spiel. Also so Kleinerischkeiten. Duschbad.